Und es ist ein weiterer Rekordtransfer zu vermelden und zwar wechselt der Youngstar Joao Felix von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid. Atletico Madrid zahlt 126 Millionen Euro und damit wird Joao Felix der teuerste Teenager hinter Kylian Mbappé, der bekanntlich von der ASMO Nachkult zu PSG wechselt. Was lässt sich über diesen Transfer sagen? Ja, für Joao Felix ist natürlich der enorme Karriere-Schritt, für Atletico Madrid natürlich die 126 Millionen. Ja, man merkt schon, dass sie den so ein bisschen als den Grießmann-Ersatz sehen, der ja wahrscheinlich noch wechseln wird. Man weiß halt nicht, wohin, aber sieht ja mit so aus, dass Grießmann noch wechseln wird, den nutzen sie halt als Ersatz. Und ja, das letztlich, ja, und das ist natürlich auch, das ist ein bisschen schon Risiko, weil man weiß halt nicht, ob der so ein bisschen zu überhypt wurde. Aber ich bin der Verstimmung, dass Joao Felix es bei Atletico Madrid schaffen kann. Das ist meine Meinung zum Schauen, aber gerne in die Kommentare sehen uns bei einem weiteren Video. Tschüss, bis, weiß nicht.